Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Kastadu, da sind wir wieder. Kann das sein, dass das... Kastadu? Ne, Kastadu nicht, ne? Wie wird das ausgesprochen? Haben wir hier irgendwo Italiener? Die können mir das doch erzählen. Die wissen doch sowas. Ich leider nicht. Ich bin da gerade mal total überfragt. So, ich setze hier gerade mal ein paar Lädchen hin. Ne, hier machen wir mal einen großen. So, und hier hatte ich jetzt gesagt, mache ich tatsächlich mal größere Industrie. Verschiedenste Art. So. Ah, doch, den macht er jetzt, okay. So, dass wir hier einfach unterschiedliche Industrienamen. Den machen wir auch in groß. Hier setzen wir, genau. Und hier große. Und hier unterschiedlich. Den machen wir so. Und den machen wir so. Mal gucken, was da rauskommt. Bin ich ja ganz gespannt. Aber man sieht, auf jeden Fall ist es eine sehr unterschiedliche Industrie. Das ist ja schon mal sehr gut. Ähm, machen wir weg. So, jetzt fordern die noch Wohnraum. Das ist auch sehr gut. Ich habe übrigens jetzt hier, ähm... Ja, genau. Den habe ich jetzt mal kurz weggerissen. Ich habe das mal ganz kurz ausprobiert. Und dann dort... Eieieiei. Ähm... Was habe ich jetzt gesagt? 560, ne? Und der kriegt kein... Was ist denn das? Achso. Ach, die Tankstelle ist das. Ähm... Ja, dann muss ich das jetzt mal so machen. Und... Ähm... So. Ne, das machen wir jetzt hier. Und... Äh... So. So, weiter gesagt. 8, 16, 24, 32, ähm... 40. Und... 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 Warte mal. Ja, doch. 32, 40 und... Und 48. So, das heißt... Ähm... Bei 560. Da kann ich jetzt noch einen dazu machen. Dann habe ich... Die gleichen Unterhaltskosten. Das ist hier... Jetzt haben wir 560. Und 3 hatte ich da stehen. Das heißt, theoretisch gesehen kann ich noch 3 dazusetzen. Und das wird auf jeden Fall immer... Schwieriger. So. Und sollte dann auf jeden Fall genug... Ströme haben bei gleichen Unterhaltskosten. Okay. Das sollte... Ähm... Funktionieren. So. Hier machen wir jetzt erstmal... Wieder ein klein wenig... Diese Industrie hin. Dann jene... Und dann jene. Machen wir mal so ein Treppen. Gedöns. Und hier sieht man dann schon, dass man das eigentlich tatsächlich sehr gut mit der Größe der Kästchen steuern kann. Was ich echt mal richtig feiere. Folgegrüße. Und wenn der dann irgendwann hier angebunden ist, dann ist auch gut. Achso. Wohnung. Genau. Ähm... Müssten wir mal... Hier? Oh oh. Oh oh. Das war immer so hier. Ähm... No. Ähm... Den ziehen wir... Ah. Dort einmal raus. Und dann gehen wir auch... Hier einmal rein. Jawole. Und hier gehen wir auch durch. Zwei gleich verloren. Das ist nicht so schön. Aber warte mal. Das können wir... Insofern ändern. Dann mach den nochmal weg und mach es anständig. Ähm... Warum hat der den hier? Verstehe ich nicht. Manche Sachen sind ein wenig... Merkwürdig. So. Okay. Dann fordert der auch noch eine Menge Gewerbe. Das ist natürlich... Dann machen wir jetzt hier einen großen Laden hin. Okay. Das soll ja dann auch schon mal... Hier machen wir auch noch was hin. Und hier auch. Und hier auch. Und dann soll das hoffentlich gehen. So. Ähm... Wer er dann jetzt zusammenhängt... Dann... Ist das so richtig. Jo. Da können wir auch noch ein Lädchen hin machen. Und der Rest kommt wieder in... Klein. So. Einmal so durchgezogen. Und dann mal gucken. Hey, yo. Und... Ähm... Nee. Hier machen wir doch wieder einen Laden. So. Okay. Das ist nicht zusammengebunden. Muss ich immer für später halt drauf achten. Oh, 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 oh. Jetzt fordert er dann gleich wieder so viele Sachen. Gefällt mir nicht. Weil habe ich kein Geld für. Achso, du kannst trotzdem weitermachen. Aber jetzt mal kurz den kleinen... Ja, das können wir jetzt hier wunderbar hochziehen. Die ganzen kleinen Häuschen. Ähm... Bis hier. Jo. So, und hier machen wir wieder Läden hin. Einen etwas größeren. Einen kleinen. Und da... Achso, der war... Ähm... Wenn überhaupt, dann hier angebunden. Machen wir. Gucken wir mal, ob der da jetzt irgendwas macht. Sonst nehme ich den wieder ab. So. Oh. Okay. Die Sache ist... Ich habe so viel Geld nicht. Ach, dem gehen schon wieder die Ströme aus. So. Eins. Das gefällt mir sowas von gar nicht. Hier sind es ja... Naja, hier sind es halt sechs. Dann müsste ich da noch irgendwie rüberziehen. Okay, dann... Dann warte mal. Dann machen wir das anders. Nimm den hier mal mit. Der zieht dann... Ha, da sind es auch nur fünf. Hier wären es dann sechs. Mhm. Aber dann sind die nicht zusammengebunden. Ich müsste die ja quasi ein bisschen... Oder? Versuchen wir mal. Ne, äh... Zeigen... Da dachte ich mir nämlich. Ah, ne. Dann hier noch eins zwischen. Dann sind es auch nur fünf. Das ist irgendwie geobst wie gesprungen. Da muss ich echt mal schauen, wie ich das irgendwie verbessern kann. So. Den kann ich aber da reinsetzen. Und den einfach mal hier... Ah. Ja doch, geht doch. Hier rüberziehen. Ach, das gefällt mir nicht. Also da wird es jetzt wirklich unheimlich Zeit, an Solarkraftwerke ranzukommen, denke ich. So, jetzt fehlt mir natürlich das Geld für Polizei, Feuerwehr und Co., Grundschule, all was, was halt so ist, ne. So, wenn ich mir die Forderung jetzt mal so angucke, dann gefällt mir das nicht. Das heißt, ähm... Mach mal hier weg, da kommt ein Laden hin. Und hier kommt ein Augenladen hin. Weiter gucken. Hier unten können... Oh ja. Hier würde ich mal vorschlagen... Machen wir einfach mal... Ups. Einen größeren Laden hin. Ja. Das sieht doch so schlecht nicht aus. Und da die... Die können wir eigentlich dann auch direkt mal wegmachen. Und machen das mal so. Das dürften dann zwei kleine Läden werden. Nur die hier, die werden später sowieso, wenn ich die Kreuzung hier rausziehe, weggesprengt. Also von daher relativ. Weggesprengt. Also hier auch los die Hand. Ja, das ist schon manchmal... Ich glaube, ich mache jetzt mal Folgendes. Warum nicht? Wenn ich jetzt den... Dann verschenke ich unheimlich viel Platz. Naja, weil so schlimm wäre das jetzt auch nicht. Und, ähm... Würde ich ein Gebäude abziehen, aber ein großes. Wenn ich das denn... Hier würde ich ein kleines abziehen. Also ein mittleres. Ja. Dann nehmen wir den. Und, ähm... Gehen einmal hier durch und hier durch. Und dann machen wir jetzt hier erstmal ein Stück Gewerbegebiet hin. So. Das heißt... Ähm... Jo. Dass die hier so eine kleine Einkaufsstraße haben. Nicht das, was ich jetzt unbedingt möchte. Aber das, was offensichtlich notwendig ist. So, den können wir einfach mal direkt so vergrößern. Ja. Und hier machen wir drei. Von der Höhe her. Und hier unten zwei. Okay. Und hier volles Programm. Und dann gucken wir mal. So. Jetzt kann ich hier eigentlich, ähm... Das Ganze auch noch so machen. Ich brauche jetzt gleich auch noch eine Wohnung. Da müssen wir mal gucken. Der will schon wieder vergrößert werden. Das Problem ist, dass ich momentan echt immer auf den Strom achten muss. Ich verstehe nicht, warum der... Das nicht so hinkriegt, wie er soll. Eigentlich könnte ich das hier... Ebenfalls mal so machen. Weil... Ich würde mal sagen, das wäre besser. Dann würde ich den hier wegnehmen. Wird... Hehehe. Naja, muss ja auch aufpassen. Aber so müsste das nämlich dann... Naja, funktioniert nicht. So was Dummes. Das ist ja... Okay, dann machen wir das so. Und machen den hier wieder ab. Okay. Dann kann ich den auch abnehmen. Weil wird jetzt hier rüber versorgt. Und dann ziehe ich allerdings den... Du kannst wieder laufen. Den hier einmal komplett rüber. Weil würde ich ihn jetzt per See gerade einfach mal so ganz gut finden. So. Und so. Und, äh... Nein. Ja. Um das Ganze hübscher zu machen. Dann machen wir das Ganze so. Ähm. Wäre denn hier und hier. Dann geht die Stromleitung irgendwie langsam runter. Jo. Ja, warum denn nicht? Wenn das doch geht, warum denn nicht? Jo. Das finde ich doch in Ordnung. Warum fordert der jetzt schon wieder so viel Wohnraum? Okay. Dann machen wir... Hier. Ähm. Das ist nicht so schön. Jetzt snappt er wieder an der falschen Ecke. Ah. Hier geht. Okay. Dann, ähm... Dann, ähm... Ziehen wir den hier an der Ecke mal... Ganz eng. Ups. So und... So würde ich meinen. Jo. Und verbinden den aber... Hier auch nochmal. Jo. So. Okay. So, dann kriegt er wieder seine kleinen Gewerbedinger. Ach, warum hat er das denn schon wieder gemacht? Die Nase. Was soll denn so Quatsch? Der muss nicht immer alles kaputt machen, der blöde Hund. Okay. Das ist sehr schön. Und... Hier auch. Und... Hier auch. So. Und den Rest können wir wieder in... So machen. Jo. Geht doch. Denke ich. Werden wir sehen. Ah, das... Äh... Ja. Nicht alle so einfach. Na, 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 na. So ist fein. Mich ärgert das immer noch so ein bisschen, dass ich mein Pinot verloren habe. Waren wir jetzt so schön weit gekommen. Und dann ist Aronat schon ein bisschen dusselig. Und macht den Fehler... Eigentlich so ziemlich das dümmste, was man machen kann, ne. Fehlermäßig. So. Dankstelle ist klar. Und hier... Wohnung. Haben wir es. Okay. Sieht gut aus. Das Problem ist... Hier würde ich ganz gerne auf jeden Fall... Da würde ich unheimlich... Nö, gar nicht. Gar nicht so viel Platz verschenken. Ähm... So. Wenn ich dann hier... Das ist ja dann besser. Wenn ich... Ähm... Hier Einbahnstraßen halt tatsächlich auch wieder hinmache. Du sollst mich nicht ärgern. Du sollst es einfach mal so machen, wie du sollst. Ach so, da sind zwei. Deswegen. Ähm... Wäre aber auch falsch rum. Ich depp. Ja, ne. Das wäre jetzt mal... Naja, ne. Das... Das... Die müssten ja hier auf der Autobahn kommen. Also wäre das schon insofern richtig. Wollen wir mal gucken, ob die Kurven da zu eng sind. Ähm... Ja. Ja, ich weiß. Das liegt daran, dass du keine Feuerwehr hast. Und deswegen darf ich hier jetzt auch nichts kaputt machen. So ein blöder Hund. Ups. Aber so darf ich. Äh... Ne. Das gefällt mir nicht. Na. Ach. Du lustiger Kerl. Mach halt so. Nein. Nein. Jetzt brauchen wir da. Richtige. So. Ähm... Okay. Den... Und jetzt brauche ich... Große Industrie. Machen wir mal so. Und ein paar... Dreier. Ja. So. Und hier machen wir große. Und hier machen wir kleine. Ups. Und den auch. So. Das sieht dann auch ganz, ganz nett aus, finde ich. Äh... Hier auf jeden Fall auch kleiner. Und hier machen wir Dreier. Hier machen wir kleiner. Und hier machen wir groß. Okay. Wie Gewerbe. Ach, mein Junge. Kriegste gleich. Ähm... Klein. Klein. Und... Groß. Bis... Hier. Ja. Und hier machen wir... Ähm... Einmal so. Und einmal so. Mal gucken, was daraus wird. Machen wir so. Und hier muss ich jetzt noch Gewerbe runterziehen. Hm. Okay. Dann machen wir hier... Das Ganze... Ne. Machen wir doch so. Und hier machen wir den Dreier. Okay. Ne. Hier machen wir Vierer. Warte mal. Mach weg. Weil das ist so mittendrin. Und hier machen wir Dreier. Das wird quasi die Einkaufsstraße. Die führt dann bis zum Industriegebiet hoch. Ich hoffe mal, das funktioniert irgendwie. Und dann ist auch gut. Da müssen wir mal gucken. Noch sieht der Strom gut aus. Dass wir hier dann... Nochmal Wohnungen dazwischen packen. Und dann müssen wir anbauen. Mhm. Was sagt denn unsere kleine Siedlung jetzt? Ich brauche auf jeden Fall Feuerwehr... Und Polizei und alles. Ah, ich glaube für Polizei... Ne, für Feuerwehr als erstes... Habe ich auch... Äh... Das war ja klar. Die reicht mal wieder vorne und hinten, nicht? Für Berge eine Seite. Das heißt, ich muss hier mindestens zwei... Ausstellen, aber... Mindestens. So. Na, zeig mal einmal. Kommt auch nicht in die Mitte. Ähm... 192 die Woche. 500... Ne, dann nehmen wir lieber drei davon. Ähm... Stellen wir einen hier hin. Stellen wir einen... Hier hin. Naja, und die Mitte... Die haben wir dann nicht gelöst. Und... Stellen wir einen... Hier unten hin. Wenn das denn mal... Achso, nicht genug Geld. Ist klar. Ei, 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 ei. Okay. Dann stellen wir nämlich... Noch einen hier unten hin. Und dann dürfte das hier... Auch abgedeckt sein. Dann dürften wir alles haben. Okay, meine Lieben. Und Polizei will auch noch haben. Na, wie schön. Ähm... Ja, ich würde sagen... Wenn es euch gefallen hat... Lasst mal einen Daumen hoch da... Teilt es auf eurem Social Media. Ihr kennt das Spielchen. Und dann stellen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye, bye. Bye, bye.